Hallo und herzlich willkommen zur Donnerstagsfolge Roleplay Real Farming Alles 19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Vielen Dank, dass ihr reinschaut. Wer noch nicht hat, darf gerne mal noch ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Und wer schon hat, dem wünsche ich einfach viel Spaß bei allen Folgen, die ihr schaut. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß. Oh, pana, es ist ja los. Sag, es ist ja los. Ein bisschen was müssen wir hier schon noch an Platz machen. Und das ist noch ein bisschen zu wenig hier. Da können wir noch nicht viel umbauen. Das ist natürlich für den Herrn Schneider, es ist natürlich ziemlich ungeschickt, dass sein Traktor stillgelegt wird. Oh, da bin ich aber ganz knapp am Kühlergrill vorbei. Habe ich Glück gehabt. Volker Varuna, hallo. Hallo Herr Varuna, und zwar Sie haben ja reingeschrieben um 16 Uhr das Besichtigen für die Murkerei. Wie soll ich da hochkommen? Haben Sie Unterstützung oder so? Sie können kommen, um sie sich anzuschauen. Interessant jetzt nicht. Und zweiter Frage, haben Sie Arbeit? Arbeit? Ja, wäre auch möglich. Kommen Sie mit einem Poltergabel zurecht? Ja, könntest du mal versuchen. Okay, dann würde ich Ihnen Folgendes vorschlagen. Ich muss ja unten relativ bald auch schon weg. Beim Händler steht ein grüner Golf. Da müssten Sie mal gucken, da müssten irgendwo die Schlüssel rumliegen. Und dann kommen Sie damit einfach mal zum Waldstück. Was wäre das? Zu Wald 11. Ja, dass ich dann mit dem Auto weiterfahren kann. Und dann hätten Sie hier einen schönen Traktor beim Wald stehen. Welches Waldstück war es denn? 11. Gut. Okay, dann bis gleich. Bis gleich, tschüss. Perfekt, dann habe ich nämlich mein Auto hier. Muss ich nachher nicht mit dem Traktor da runterfahren zur Murkerei. So, warum kommen wir da rein? Die Leiter ist kaputt, so ein Mist. Ein bisschen geht noch. Ähm, muss ich nur gucken. Einen richtigen Baum finden. Den hier vielleicht. Ah, hier sind noch zwei. Also nicht die kaputten Bäume hier noch. Ähm. Oder die guten Bäume nicht verheckseln. So rum eigentlich. Das bin ich. Ähm. Okay. So, dann häcksel ich nämlich die zwei Bäume noch und dann kann der andere nachher hier die Bäume kahl machen, selbst wenn er mit der Poltergabel nicht zurechtkommt, kann er mir immerhin vorbereiten, kann er die alle fällen und entasten, dass ich die habe zum Verladen, wenn ich wieder zurück bin. Ich hoffe, dass das schnell genug da ist. Ja, Volker Varuna, hallo. Hallo, Herr Varuna, ich kann leider ihr, es war grün, oder? Ein grüner Golf, haben Sie gesagt. Ja. Kann ich leider nicht am Händler finden oder ist es hinten bei dem Gasthaus? Da. Da. Steht da ein grüner Golf rum? Ich guck grad mal, ob ein Händlergelände noch sitzen wird. Ne, auch nicht. Moment, ich ruf mal kurz den Jürgen an. Bis gleich, ich ruf sie zurück. Ich habe gerade jedenfalls mehr Einsatz. Okay, bis dann, tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo? Jürgen? Jürgen? Hast du nur mein Auto abgestellt? Äh, unten am Hof, in einer Halle. Ja, stimmt, hat man gesagt, gell? Hast du mir runtergefahren, hab ich voll vergessen. Ja. Ja. Schade. Jut, das war's schon. Okay. Ich dachte, das stünde noch beim Händler. Ne, unten beim Hof. So ein Mist. Okay, gut. Danke. Tschüss. Voll verplant, ey. Stimmt ja, der hat es mir ja letzte Woche runtergefahren. Volker? Volker? Hallo? Ja. Ich muss dich noch mal stören. Ja, was ist los? Ich kann gleich nicht zur Molkerei kommen, weil ich muss unbedingt hoch zur Polizeiwache. Ich muss ja jetzt jemanden abschleppen und da oben ist Kanalverstopfung. Oh Gott. Okay. Ähm, also falls der Harry das kauft, dann kannst du es online eintragen. Okay. Ich geb dir dann nochmal Bescheid. Ja, aber anrufen, weil mein Handy hat ein Flugmodus drin, ich kann nur noch Anrufe erhalten. Momentan, weil mir gegen die App-Gruppe zieh ich nur schon mal auf den Keks. Okay. Jo, mach ich. Jo. Hallo. Gut, bis dann. Danke, tschüss. Ja, dann muss ich jetzt auch gleich los. Jetzt nur die Frage, was mach ich? Jetzt fahr ich mit dem Traktor rüber. Dann werde ich wohl so machen. Herr Volker Varuna, hallo? Äh, guten Tag, Herr Varuna. Ähm, ich muss doch nicht zum Einsatz und ich könnte Ihnen was anbieten. Und zwar, Sie könnten mein Auto nehmen, falls Sie Ihr Auto nicht auftreiben können. Ja, ich hab's inzwischen, äh, da war ein Missverständnis. Das, äh, hatte Jürgen ja letzte Woche an den Hof gefahren. Achso, ja, dann fahr ich. Ach, nee. Dann fahr ich, äh, mit meinem Auto. Jo, kommen Sie her. Äh, ich hab Arbeit. So. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. So, dann machen wir den Häcksler aus. So. So. Wo fang ich denn an? Ich glaub ich fang hier oben an. Zu fällen. Warte, ich markier's eben. Ich markier's eben. Ich markier's eben. So, den hier. Duh, dudu, du. Und dann lass ich nämlich vielleicht ein paar Kiefern einfach stehen. Der, warte, 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 warte. Den hier noch. Den hier auch, die nicht, der hier braucht noch eine Markierung. Volker Waruna, hallo. Hallo. Wie läuft das jetzt mit der Molkerei, wenn da ein Unfall ist oder was da ist? Bist du beteiligt? Ja, nein. Ja, bis 16 Uhr treffen wir uns. Okay. Also ich warte gerade noch auf den Lukas Müller beim Wald. Dann kriege ich dem sein Auto und dann komme ich rüber. Jo, passt. Also ich bin mehr oder weniger auf dem Sprung. Ich hoffe, der kommt gleich. Ja. Bis dann. Bis dann. Kannst du dich ja schon mal umgucken, wenn du dort bist. Ja. Wenn ich noch nicht da bin. Ja, ich starte jetzt, ja. Okay. Ja, ich. Ja. Tschüss. Tschüs. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit den Bäumen mache, wenn ich jetzt... wird wahrscheinlich zu viele haben erst mal ja das passt wenn er die alle entlastet hat und gefällt und entlastet hat dann passt erst mal auf mal er kommt jetzt gleich gerade an die straße vor